Ob das vielleicht irgendwie in meinen Verbindungen liegt? Ja, guck mal, hallo, ne? Also... Lalalalalalalalalala... Tag, Leute! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Nuked 2 mit dem RetroiTV! Hi, guten Tag! So, ähm, dein Plan für die Folge? Genau, also wir waren ja letztes Mal in dem Dorf und haben da die Smeltery abgebaut. Die werde ich jetzt dieses Mal aufbauen und mal gucken, dass wir da schon ein bisschen was schmelzen und so weiter. Und... Oh, da ist eine Wiss. Nicht angreifen. Ist sie jetzt bei uns rein? Ach, ne, okay. Gut. Ähm, möchtest du die vielleicht im Haus bauen oder eher draußen? Ne, ne, draußen. Aber vielleicht dann machen wir so eine Ruin oder so. Keine Ahnung. Ne, ich hätte jetzt gesagt, ich setze die hier einfach so hin und ich meine, passt eigentlich so zum Grundstück, oder? Ja, gut. Ist eine Möglichkeit, ne? Ich muss mal eben kurz, äh, von dem einen TS leften. Alles klar. Das hat er noch vergessen. So. Okay. Ich hab mich grad gewundert. User enter your channel. Scheiße. So. Okay. Ja, egal. Ähm, auf jeden Fall. Hier ist ja noch Essen. Nice. Ich mach das... Oh, hier ist ein Creeper! Was, 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 was? Du hast ein Schwert, ne? Dann mach's mal. Okay, er ist down. Ei, ei, ei. Gefahr gebannt, äh, Gefahr, erkannt, Gefahr gebannt, so. Äh, die Pilzmauer hier. Ja, die, die ist gut, ne? Ja, die ist super, die Schwitze. Oh, mein Inventar ist voll. Scheiße. Ah, man bräuchte wie in Dingens... Ah, aber hier ist ein Quickstack, oder nicht? Ja, wie heißt denn das Ding hier? Quickstack, wo ist es denn hier? Ähm, Quickstack gibt's nicht, oder? Du kannst nur die Kisten an sich sortieren, dann. Ach, shit. Das ist doch scheiße. Ja, sowas müsste es geben, wie ein Ferrari. Ist ja cool. So, ich glaub, man kann die Eckblöcke alle auslassen bei der Smelltree. Ja, was machen wir mit den common Drohnen? Und ich hab ne Forest Princess, das sind so Bienen. Ähm, ja, die gehören halt zu diesem Bienen-Mob, ne? Ist jetzt nicht so wichtig. Okay. Erheb's einfach auf. Alles klar, hab ich getan. Ähm, ich hab noch sieben von den Pilzen, die können dich ja irgendwie nutzen, ne? Äh, ja, stell sie weiter mit in der Reihe auf. Hm? Stell sie in der Reihe noch auf. Okay. Ha, das ist witzig. Du hast das ja in einer Reihe gemacht, sehe ich gerade, lol. Ja, in einer schrägen, ne? Hm, ich seh's gerade. So, komm mal hier, da, zack. Und, ach, verdammt, da hast du mal den hier gebaut. So, danke. Okay, noch einen und dann hab ich alle gesetzt. Äh, zack. Ach, da ist ja auch noch einer, oh mein Gott. So, ich hab mal ein paar Fackeln platziert, damit hier schön ausgeleuchtet ist. Ja, ich hab auch zwei platziert oder so, aber ja, mach das mal. Äh, okay. Hat das ja aber gerade ein bisschen gelaggt, ich weiß es nicht. Äh, ich konnte da gerade ein paar Sachen nicht aufsammeln. Äh, scheiße, wir brauchen trotzdem Seat Bricks. Äh. Warum das denn, hä? Äh, ja, bei der Smaltree im Dorf war halt noch nicht alles von den wichtigen Blöcken dabei. Und wir brauchen trotzdem noch das Zeug, woraus es gecraftet wird. Ah, du weißt, wie man die baut, oder? Jaja, klar, wir brauchen halt Sand, Gravel und Clay. Das weiß ich, ich mein, wie man, äh, die Smaltree an sich auch baut. Jajajaja. Das hab ich noch irgendwie im Kopf. So, du meintest irgendwo an See, oder? Hier ist ein See, genau, komm her. Wo? Komm at me, brah. Komm at me. Wischen du, da bist du ja, hi. Hallo. Komm mal mit. Sprinte man nicht, ne? Ich zeige dir jetzt, wo man die Mini-Kruft sehen findet. Tada. Das war der Fluss, ne? Genau. Und hier ist eigentlich das Gravel. Unsere Mauer funktioniert. Uh. Ich guck gerade nach Gravel. Äh, Quatsch, Clay. Der Gravel ist hier im Sand, den baue ich auch schon mal ab. Ja, ich seh grad keinen Gravel. Äh, Clay, meine Güte. Ein und dasselbe, ein und dasselbe. Ja, so. Ach, Mist, die Schaufel geht so schnell kaputt. Nein. Warte, kann ich die auch einfach im Inventar wieder so? Hier ist Clay. Ah, das ist gut. Ähm. Ich markier dir das mal eben. Äh, ja, ich seh's. Okay. Kann man ja auch schlecht übersehen, ne? Hier ist auch nochmal Clay. Ich markier das einfach mal alles. Ja, ich werd's dann auch schon selbst finden, ne? Ja, 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 aber ich hefte trotzdem mal, ne? Ich bin mal so nett. Das Witzige ist, du kannst wirklich die Bären, es gibt dann auch keine, ähm, Ess-Animationen mehr, aber die füllen sich halt wirklich bis zum kompletten saturateden Essen auf. Das ist nice, das ist nice. Äh. Da ist auch noch was. Ach du Scheiße. Ja, ich markier dir hier nochmal einen Teil und dann findest du es einfach noch. Und was ist auch noch was? Hast du, äh, Clearwater an oder aus? Ich hab's eigentlich immer an. Okay, weil, wie weißt du, ne? Mit Clearwater kannst du halt auch durchs Wasser gucken. Ja. Hm, ist praktisch. So, ich komm wieder zurück, äh. Und wobei, nein! Nein! Nein, ähm, hier ist doch... Warte mal. Was braucht man für TNT? Gunpowder und... Fuck, jetzt nicht wieso. Gunpowder. Gunpowder und... Sand. Sand, ne? Hast du eventual Gunpowder? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Schick. W-was willst du denn jetzt mit TNT? Baum sprengen. Geht schneller. Dein Ernst jetzt? Nee, mein Auge ist natürlich mein Ernst. So. Aber derzeitlich, wir haben nur zwei Gunpowder. Das heißt, das heißt, das heißt, äh, mir fehlt noch was. Egal, dann machen wir das einfach mal ganz oldschool. Ich, äh, fahr ein bisschen Holz. Uh, du bist was gerade machen. Genau, Clayson. Ja, genau. Ich suche das hier jetzt. Genau. Hab's ja markiert, ne? Ne, ich suche das jetzt. Ich hab das extra selbst gefunden. Äh, du weißt das da vor einer... Egal. Das? Na, hey, das war hier so generiert. Also, ne Markierung ist das nicht. Ne, ne. Nein, nein, natürlich nicht. Ganz klar. Siehst du doch selbst, ne? Welcher Mond ist das nur? Ich weiß es gar nicht. Der, der so Penis in die Landschaft generiert. Was? Ja, was? Äh, bitte, was? So. Äh, ich hasse... Wieso sind hier Bäume, die so viele Verzweigungen haben, ne? Warum? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hast du zufällig Leder? Ja. Hm. Wenn, dann ist es in der Truhe. Klasse. Ich würde mich im Glider machen. Ja, klar. Die machen wir uns auf jeden Fall. Ja, klar. Und dann gibt's Spaß. Dann, dann ist er super. Tutul, jojo. Ja. Jojo, Tutul. Jojo. Ist der Baum mal fertig? Meine Fresse. Ich hasse diese Bäume. Ich, ich pflanze gleich so viele normale Bäume an, ne? Ohne Witz. Ja, ja, die Sepplings kriegen wir ja. Das ist ja kein Problem. Soll ich die Kühe töten, die hier sind, oder lieber farmen? Also, anpflanzen. Also, nee. Züchten. Töten die Kühe. Nee, töten. Ich pflanze mal ein paar Kühe an. Töten. Du hast gesagt. Puh. Nee, puh. Zü. Komm her. Da. Deren Hund fühlt sich aber ab. Das ist ja gerade ein bisschen. Also, ich bin nicht FPS, sondern ich meine wirklich hier Serverlags. So langsam. Kann das irgendwie sein? Ja, ich habe den Wizard Head. Stößt. Wissest du? Wizard Head. Ui. Schöne Bananas sind auf dem Kopf. Ja. Finde ich auch. Auf jeden Fall. Oh, da ist noch ein Pilz. Dann ist noch eine Kuh. Oh, hier ist eine Höhle. Oh. Oh, eine Höhle ist gut. Oh, es laggt. Wieso laggt's? Lol. Alter, das war jetzt ein langes Standbild. War gut. Ich hatte auch ein Standbild, ne? Vorhin. Irgendwie in der letzten Aufnahme. Für uns vorhin, oder? Ist das hier schon die Pilzmauer? Ah ja, du hast sie bis hier hinten. Ah, okay, cool. Mhm. Die mag ich halt einfach untergepiet, ey. Ist das so traurig. Der Server lag, oder? Ja, der lag. Der lag. Das war ja auch gar nicht klar, ey. Scheiß 3 GB ran, ey. Es sind... Leute, stellt euch das mal vor. 3 GB bei wie viele Mods? 170? 180? Das ist so scheiße. Also ich meine gut, der Server wurde uns gesponsert, alles schön und gut, ne? Ein Geschenkgaul guckt man nicht ins Maul, ganz klar. Aber 3 GB für 180 Mods bei 15 Teilnehmern derzeit, irgendwie viele wir sind, ne? Hm. Das ist einiges. Und wenn man sich jetzt da noch überlegt, je mehr Leute dazukommen, je mehr Leute irgendwo irgendwo hingehen, ne? Und die Welt weiter generiert wird, dann... Ich glaube, der Server hält das nicht mehr lange durch. Eventuell. Das traurig ist ja... Bitte? Eventuell, ne? Eventuell. Ja, das traurig ist ja einfach, der Sponsor von dem Server wollte es maximal, so wie ich das verstanden habe, auf 4 GB erhöhen. Ich glaube, der weiß echt nicht, wie viel Gigabyte man da vertraut. Also echt. Hoffentlich wird's jetzt wieder besser. Aber vorhin hat's richtig hart gelangt. Das lag nicht an meinem Internet. Seared Bars, okay. Genau. Ähm, normalerweise verdoppelt sich alles in der Smeltree, aber ich glaube, die Grout-Sachen hier nicht... Ja. Pass mal auf, mach mal kurz einen Test bei dir, ja? Ich... Mach mal öfters Rätsel auf den Ofen und geh mal wieder raus. Merkst du was? Äh, ne? Also manchmal bei mir hab ich eine Verzögerung. Ganz kurz. Äh, tschüss, ich hab keine Ahnung. Äh, das Geräusch war jetzt grad auf der Tonspur richtig witzig. Echt? Mach mal mal. Okay. Schön. Schön. Äh. Leute, es sind erst elf Minuten, ne? Alter, wir sind voll gut, ey. Elf Minuten? Ja. Auch gut, dass du es bemerkst. Ähm, ja, ne? Ist dein Timer wieder... Ja. Tschüss. Weiß ich sicher. Irgendwann kriegen wir es nochmal hin, oder? Ne, nicht mit dir. Oh, Mann. Nicht mit mir. Ja, ich hab ein neues Buch. So, was brauchen wir alles? Hier steht's drinnen. Äh, Casting Tables haben wir. Faucet brauchen wir noch. Any combination of ten seared bricks, äh, seared tanks or drain... Ah ja, einen Tank brauchen wir auf jeden Fall, genau. Controller haben wir. Tank brauchen wir und einen Faucet. Okay. Ja, kriegen wir, oder? Tank und Faucet. Äh, genau. Also hier. Ach ja, drain. Ja, ne, drain brauchen wir auch. Drain. Ist so kacke. Tank. Ist ja aber erlegt. Tank. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Glas und einiges. Ja, ja, gut. Glas kann ich machen, ne? Ja. Ist kein Problem. Hör mal, wie viel, wie viel... Dreh uns da noch Sand? Gar kein... Oh, shit. Gar kein Sand mehr. Hm. Mhm. Ne, ich hör mal was. Ähm, warte, wie war das jetzt mit der... So hier. Smeltry Drain. Okay, das brauchen wir auf jeden Fall erstmal. Kann ich eigentlich schon mal ne Obsidian Pickaxe machen? Ähm, ich weiß nicht. Willst du das jetzt machen? Ja, nur würde ich. Also mit der Stone Tool Rod, da haben wir ja, ne? Wir haben ja eine Rod. Und die Kacke einfach nur verbinden, oder? Äh, ne, ne, ich weiß nicht, ob wir halt warten sollten, bis wir noch geilere Sachen haben zum Verbinden, dass das nicht... Weil so ein Obsidian Head ist schon was Besonderes, hätte ich jetzt gesagt, oder? Ja, aber ich meine, guck mal, wenn wir jetzt Obsidian einmal bekommen, ne? Dann können wir das ja immer machen, ne? Hm. Also, ich weiß nicht. Also, keine Ahnung. Obsidian ist jetzt, glaube ich, nicht das Beste, ne? Ne, ne, aber... Ach, siehst du. In welchem, ähm, Ding ist... Ach, da, wann... Ne, warte mal, wo führt man die Sachen zusammen, da? Soll ich auf einmal machen, oder? Was soll ich machen? Ähm. Ach so. Genau, genau. Äh, zusammengrönseln. Pickaxe. Weißt? Das ist da. Hm? Hier, hier, hier hat das Ding in der Ecke, ne? Genau. Ja, soll ich einmal eine Pickaxe machen? Ja, such dir... Obwohl, haben wir noch ein Bein-Ding? Hierbei, weißt du was? Fuck it. Ich leck das jetzt weg. Atmen, bis wir bestens Stuff dafür kriegen. Machen dann richtig liebe Pickaxe erstmal. Und ich mach erstmal das Haus weiter. Ja. Okay? Das ist eine super Idee, denn ich hab nämlich jetzt erstmal genug Holz. Ähm, deswegen, ich kann jetzt ein bisschen noch verschönern gehen. Und dann würde ich sagen, da geht's richtig ab. Dann baue ich weiter das Haus von innen aus, ne? Genau. Genau. Das ist eine gute Idee. Da, zack, zack, zack. Jetzt mach ich noch das, was ich machen wollte. Und zwar hier... Was ist Holz hinbauen? Achso, warte. Konnte man die Smeltree nur mit Lava befeuern, oder? Ja. Soweit ich weiß, ja. Naja, egal. Wir brauchen erstmal, ähm, einen Tank. Haben wir denn noch Glas übrig? Ja, haben wir sogar. Nice. Ah, ich hab sogar noch was im Inventar. Kann man ja machen, ne? Einfach so. Ja. So, zu allererst, mach mal... Warte, so war ein Tank, ne? Da brauche ich noch ein Ding. So. So, und nein. Ach Gott. Guck mal bitte von vorne. Warte. Warte, was ist das jetzt? Das ist wieder ein Drain. Genau. Und so mach mal ein Tank. Und das ist ein Window. Wie mach ich denn? Den Tank? Ah, so wahrscheinlich, ne? Guck mal eben nach. Tank, so. Das kreative Inventar ging es da aus. So. Was willst du jetzt? Äh, warte, ich mach das hier noch hinweg. Und dann, so. Guck mal. Wie sieht das aus? Ja, ist ganz nice, ne? Kann man das annehmen? Eventuell. Eventuell, hm. Ich hab sogar noch eine richtig gute Idee. Äh, so. Ach, da hab ich sogar noch, äh, eine Stair, so. Zack. Ach, verdammt. Ne, bessere Idee. Hm. Mehr Stairs. Ich weiß nicht, ne? Das leckt echt ein bisschen. Ich hab keine Ahnung. Tja. Ich sammle Items ziemlich langsam ab. Das dürfte eigentlich nicht so... Ziemlich langsam ab. Alles klar. Auch, mein ich. Das dürfte eigentlich nicht sein, oder? Eigentlich nicht, ne. 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 Man, hoffentlich geht das gut. Hoffentlich geht das echt gut. So, ich baue das hier erstmal noch ein bisschen höher, ne? Dann kommen da noch Drains hin an leeren Stellen. Und ansonsten müssten wir alles haben. Aua. Ich überlege gerade, warte mal. Ohne Momente, Herr Capitano. Ja, willst du mir mal kurz helfen? Ja. Äh, ja, und hier ist ein Zombie, alles klar. Lol, was ne geniale Maske. Dann, dann besiegt du ihn, komm. Okay. Nice. Ach, Kartoffel, hi. Ähm. Na gut. Ne, ich hab gerade kurz im Test nachgeschirrt, ob das vielleicht irgendwie in meinem Verbindung... Ja, guck mal, hallo, ne? Also... Lalalalalalalalalala. Das sieht so aus. Laufen die Zombies normal bei dir jetzt mal ohne Witz? Das kann doch echt nicht sein. Guck dir mal an, die tp'n sich doch. Also bei mir laufen sie smooth wie immer. Aber an manchen Stellen meine ich, genau, damit du nicht hinguckst natürlich. Nice. Ich check's nicht. Ich check's einfach nicht. Ich hab übrigens gelöst, äh, Kopf. Kopf? Achso, ja, okay. Vielleicht braucht man den noch. Ich, ja, weiß ich nicht. Müsste mal mal gucken, ne? Kann man ja alles machen. Äh, so. Okay. Zack, zack, zack. Ach, die Tür hast du gemacht, ne? Genau. Fein gemacht, fein gemacht. Äh. Irgendwelche Verbesserungen von außen. Ne, oder? So, da müsste eigentlich auch noch ne Drain hin, aber das machen wir erstmal so. Damit's überhaupt voll ist. Ähm. Ja, Lava. Ist so ne Sache, ne? Findet man vielleicht auf der Karte irgendwie vielleicht ein... Ah, da ist noch Lava. Ist das Lava? Äh. Oh, das explodiert. Ach du Scheiße. Ich hab's nur... Irgendwas explodiert, ja, ja. Ne, das reparierst du, ne? Das mach ich auf jeden Fall. Das, äh... Trage ich, äh... Kosten dafür. Ähm, so. Verdammt. Da guckt man einmal auf der Karte nach, ne? Und so fort. Boom. Ja. Ja. Ja, war nicht so gut. Ist ja... Zack, 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 zack. So, das haben wir ja schon. Ähm. Äh, ach so. Wir brauchen aber eh Gold. Dafür haben wir schon Gold. Ne, ne? Gold und Lava. Also Smeltry kann man erstmal noch nicht in Betrieb nehmen, so wie es aussieht. Aber die Folge ist vorbei. Okay. Hast du irgendwas zu tun, nein? Ne. Gut, okay. Dann würde ich sagen, dann war es das mit der Folge gewesen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da und schaut auch bei den anderen vorbei. Und auch bei Topra, der diesmal nicht dabei war. Natürlich bei den ganzen anderen Leuten in diesem Projekt. Und, äh, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao. Ciao, Leute. Ciao, Leute.